Heute machen wir wieder finde das objekt um 500 euro jungs habt ihr das geld nö kannst du mir das geben bitte scheint so dass ich mit zwei affen aufnehme freunde ihr noch mehr sehen wollt lasst ein like und abo da schaut dieses video bis zum ende an das supportet mich am meisten und cc oder pk in den item shop auf süß und ich würde mal sagen wir gestatten rein let's go so jungs wir gehen rein in statorino und wir müssen immer dieses objekt finden der erste raum würde ich mal sagen ist testraum weil den haben wir vorhin getestet und zwar eine urne und wir können hier stehen die urne ist hier hinten an der seite breaks hast du gesehen hier ja okay zack okay und jetzt geht's los so find this teddy bear andre hat schon geguckt hab gewonnen hat er hat schon okay find this funny of doom oh nein das wird immer schwieriger ne pfanne digga eine pfanne das eklige ist auch er hat so das licht so ganz komisch gemacht ja ja und naja schon richtig erinnert ich glaub ne ich hab's nicht das ding ist wir haben auch eine sniper die kann man auch ich hab sie hab's er hat sie echt gefunden digga okay warte warte ich sehe dein screen geh mal links 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 auf diesen mülleimer oben drauf müll links 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 da oben auf diesem ding ja ja ist kein mülleimer aber okay okay wir brauchen eine dinge break hat schon geguckt du ehrenloser digga ich hab's auch wir haben gar nicht mitgezählt wir machen so pi mal daumen find this was ist das digga das ist so eine geldbörse lang das ist keine geldbörse doch doch das ist eine geldbörse ja okay was für am kuchen digga das sieht aus wie eine geldbörse das ist ein geldbeutel man du bist ein beutel woher weißt du das okay wo ist das objekt meine damen und herren ich muss es finden als erstes habt ihr es habt ihr es jetzt ja ich glaube ich hab's wo ich hab's ich hab's oh mein gott erster ich hab's auch gerade gesehen rip oh mein gott okay find this dings von borderlands dieses wie heißt der roboter tata robot ich würde ihn robot nan nennen robot nan robot man das ding ist ja wo ist der digga es wird echt immer schwieriger freunde müsst ihr mal reinschreiben wenn ihr es gefunden habt und habe ihn auch oh mein gott habe ihn auch also mal gut schlecht digga dafür dass das dein format ist kohlkopf du bist gut schlecht für das was dein format ist der ich will ich hab wer immer noch level eins kohlkopf kohlkopf larry rex hat schon wieder irgendwas nein nein habe ich nicht so ist welcher weg wo ist kohlkopf larry das ding ist ich glaube wir müssen echt mit der sniper arbeiten digga ja ja ich glaube das ist unten was für unten dann junge unten einfach kennst du nicht den film oben das unten boahhhhhh wo den würde ich gucken gehen sag ich dir ehrlich der ist unten digga einfach der ist unten der film mit den besetzungen von die nase nicht mehr st감 nein anstatt de rock de stein was papier oder papier in dein ohm ja per Кар deflect und also papier in dein ohr simps ja ja du auch robot wo bist die se koole kohl kohl shrinkopf kohol gogo kol 6 okay ich will nicht mehr Nee, ist nicht das. Ich will nicht mehr. Kann man Tipps holen, falls man nicht weiterkommt? Nein. Stuck und Punto. Mach jetzt den hier einfach. Boah, Gänsehaut. Dass du weißt, dass du genau, wohin du schießt. Hä? Ich habe ihn. Oh mein Gott. Ich habe ihn! Unter der Treppe links. Unter der Treppe links. Ja. Okay. Feind ist Eck. Ich such schon Pech. Feind ist Eck. Feind ist Eck. Wo ist das Eck? Er hat diese Tröten so gemacht, dass man denkt, dass ein Eier richtig drin ist. Richtige Tröte. Du bist eine Tröte. Habt ihr das Eier? Ja. Ich finde zuerst, wetten wir? Ich bin Herr der Eier. True. Ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott. Ich habe ihn gefunden. André ist der Pessie. Habe ihn gefunden. Wir müssen Brexit suchen. Wir müssen Brexit suchen. Hä? Wieso mich suchen? Weil du eine Bandane bist. Weil du eine Bandane bist. Ach so. Er sagt, warum mich? Er weiß nicht mehr. Hab's, hab's. Schade. Hab's. Hä? Ich hatte es zuerst. Ich hatte es zuerst. Zählt nicht. Ja, Rex hat es zuerst. Shotgun zählt nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es steht. An der Mülle, einmal rechts. Rechts. Okay, wir suchen eine Katze, Rex. Wir gehen einfach. Pech. Es ist ein Waze. Es ist ab jetzt ein Waze. Ja, bitte. Ab jetzt. Ja, weil sonst zählt nicht. Wie geht es nicht? Ich mache es ernst. Können wir nicht rechnen. Lesen, schreiben. Die Katze des Todes. Wo ist die Katze? Ich habe sie. Ciao. Macht's gut. Ich mache einfach weiter. Ich suche eine Blume. Eine lila Blume. Ich muss mich beeilen. Ja, okay. Okay. Ah, hier. Es geht nicht anders. Sonst müssen wir zählen. Die ganzen Tag. Ja, okay. Was willst du finden? Blume des Lebens. Blume des Lebens. Digga, in einem lila. In einem Rome. Flower. Flower. I break's heart. Ah, nein. Guck mal, ich wollte nicht noch eins. Guck mal, direkt. Au, gay. Die laufen dahin. Ja, normal. Hä? Nachher ist das vor unserer Nase. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Warte, das ist so eine Blume. So eine Blume suchen wir. Die ist halt von Helligkeit viel heller als der Rest. Ich dachte in so einem Dings, aber ist nicht in so einem Ding. Ich habe sie. Ich bin so gut. Okay, Leafschild, Leafschild. Ich darf den Jungs natürlich nicht verraten, wo sie ist, weil wir müssen hier ballern. Hä? Die ist irgendwo hier. Äh, Leafschild. Ich bin hier geschossen. Ah, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ciao, Jungs. Ich habe es gut, Digga. Ich muss 10 Stern finden. Oh, ich habe irgendwo hingeschossen, Brett. Wir brauchen einen Seestern des Lebens und Verderbens. Denn der Seestern des Lebens ist ein Seestern des Verderbens. Ich habe ihn. Ich bin so gut. Feuermelder, Rauch, Dings. Wie heißt das? Die Blume. Oh, mein Gott. Ich bin gerade so gut. Jungs, ich brauche eine Dose. Ich habe sie. Hä? Ich bin einfach OP gerade. Bruder. Okay. Wir suchen so eine Tabasco-Flasche. Warum bist du so gut auf einmal? Ich weiß auch nicht, Bro. Wenn ihr mich nicht nervt und ich meine Zeit nicht nervt, dann seid ihr nervt. Ja, ne. Ja. Soll ich euch sagen? Soll ich euch Tipps geben? Sag mal ehrlich. Ich habe sie. Oh, mein Gott. Ich habe sie. Bam. Hä? Hä? Haben du das irgendwo hingeschossen? Ja. Nein, Level ist verbuggt. Ich habe es gefunden, aber... Safe nicht verbuggt. Oh, mein Gott. Es ist echt nicht verbuggt. Da gibt es zwei. Ehrenlos. Jetzt suche ich ein Gehirn. Ein Gehirn. Sag mal bitte, wo Leaf-Schild ist. Okay, links oben, links oben, links oben. Ja. Ah, ist geht. Okay. Ähm... Ich brauche ein Gehirn und das liegt genau da. Ich bin so gut, Bro. Ich bin... Okay, guck mal. Sag mal wenigstens, wo die Blume ist. Ihr seid alle schon gut. Rechts. Rechts. Rechts hinten. Rechts hinten an so einem Baum oder so. Okay. Ähm... Ich bin bei einem Fernglas jetzt. Das Fernglas. Das Fernglas. Ein Fernglas. Zwei Fernglases. Drei Fernglases. Drei Fernglases. Okay, Andre, wie viel gibt es mir, dass ich dir sage, wo das Ding ist? Bei dir? Feuerlöscher? Ja. Das ist übel einfach, Digga. Nee, Digga, ich finde die nicht. Was? Du findest die Blume nicht? Aber die war auch schwer, muss ich ehrlich sagen. Der, wo ist das Fernglas? Wir sind bei Dose jetzt. Dose gegen Kopf. Dose ist einfach gewesen. Such jetzt Fernglas. Alle Dose gegen Kopf in die Kommentare. Fernglas. Dose gegen Kopf in die Kommentare. Dose gegen Kopf finde ich auch. Okay, auf einmal Tabasco-Flasche oder sowas. Davon gibt es zwei. Wollte ich nur mal kurz sagen als Tipp. Rechts, die Blume ist richtig. Rechts, auf der rechten Seite irgendwo. Ich gucke überall rechts. Hä, wo ist das? Oh mein Gott. Bit Texas. Das ist rechts, aber so ein bisschen links musst du. Nicht komplett in der Ecke. Ähm, das Ding ist, wo ist mein Fernglasus? Ich habe eine Nasus. Ich habe natürlich den falschen gefunden von den zwei Flaschen. Wild. Wild. Hat die Wagen im Hörer am Anfang. Okay, ich habe die andere gefunden. Ich hole dich noch ein. Ich sage, gräulich. Nein, niemals. Du kannst mich nicht einholen. Aber ich habe gerade ein sehr schwieriges Item. Einfach Gehirn. Digga, wo ist das Fernglas des Lebens, des Grauens, des... Lebens, des Lebenses. Ich habe ein Leben. Ja, ja. Aber wo ist mein Leben? Wie viel gibst du mir, wenn du mir sagst, wo Gehirn ist? Äh, warum soll ich dir was geben? Hä? Sag doch mal. Okay, ich gebe dir 5 Euro, wenn ich es dir sagen darf. Äh, ey. Ehre, okay. Okay. Guck mal. Guck mal an dem Tresen hinten, links. Unten. 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 Ja, da. Ehre. Okay, ich muss dir jetzt 5 Euro geben. Ey, er ist ja schon hier, Digga! Wo ist das Fernglas, André? Du musst mir zuerst sagen. Ich weiß es. Ich weiß es. Sonst kriege ich 5 Euro von dir. Wieder zurück. Ich weiß, wo es ist, aber ich schieße nicht drauf. Echt? Ja. Guckst du bei mir streamen gerade, du Hacker? Nein. Haben wir nie gehackt. Und man guckt streamen ehrenlos. Hör du da oben? Ja, okay. Okay. Ey, diese Blumen. Diese Blumen. Jetzt sind wir noch bei Blumen, Digga. Der Arme. War aber eklig. Ich sag dir echt. Das war das ekligste Level von allen eigentlich. Ich gucke nach ganz... André wieder der Random Shishas. Shishas. Bro, wo ist diese Fernglasus? Fernglasus. Ich finde das Fernglasus nicht. Vertrufvertrast. Fernglasus. Fernglasus. Wo ist mein Fernglasus? Hä? Das ist übel schwer. Du bist die schönste. Hör auf, mich zu snipen, du Snipers. Das ist ein Mikrofon, aber. Ich hab getroffen. Okay, es ist das schwerste, was ich je gespielt habe. Boah, es ist gerade echt das schwerste, Bro. Man muss die Perse... Ich hab' nicht geschafft. Boah, Maschine, Bruder. Jetzt ist das Tag beim nächsten. Junge, das kann doch gar nicht schwer sein. Digga, ich schlüsse jetzt auch einfach mal. Ich jub mich. Das hat ja nicht mal dieselbe Farbe wie alles andere. Ja, ohne Witz. Es ist so Gold und so... Dings. Und das Glasus ist blau. Ja, so ein bisschen. Hä? So, Freunde. Brex hat auch ein paar Level geschafft und wir haben's ge... Oh mein Gott, wie schlecht war das. Okay, wir haben das Kopf des Lebens. Oh, den Mann finden. Okay. Okay, ich hab' ihn. Okay, nice. Äh, Honigtopf. Honigtopf? Andre, du bist mein Bär und mein Honigtopf. Du bist mein Honigtopf und mein Bär. Du bist mein Honigtopf. Du bist kein Bär. Guck mal, ich sag dir ehrlich, man muss aus dieser Situation gucken, okay? Und wenn du aus dieser Situation guckst, findest du das Honigtopf. Ja? Ja. Wie weit seid ihr eigentlich? Bei Honigtopf. Digga, willst du gar nicht wissen. Ja, willst du echt nicht wissen, sag ich dir ehrlich. Sag, aus dieser Situation kommst du nicht mehr raus, Brex. Ist so, Brex. Egal, ich bin jetzt bei so kleinen, äh, Soße. Soße. Oh, das ist rechts. Oh, ich hab' Honigtopf. Ciao, mach's gut. Ich auch. So, wir sind bei, oh nein, wir sind bei MPC Fußballschlacht. Nein, ohne mein Format. Wir brauchen so ein Glas mäßig. Ah, ein Sirupglas. Okay, das ist hier hinten irgendwo. Hab's nicht. Ja, das geht aber schnell, glaub ich. Hab's nicht. Sollte eigentlich schnell gehen. Hab's, ciao. So, Ente. Terue, wir haben noch 10 Level, danach geben wir in den Fight. Ich sag euch ehrlich. Und es sieht gar nicht schlecht aus für Brex. Für Brex sieht echt gut aus. Niggi. André, hör auf, einfach random zu schießen, Digga. Warum? Lass es einfach. Okay, lass es. Wenn ich treffe, kann ich dir nicht mal sagen, wo es ist. Ja, deswegen, das ist das Geile. Ja, ist auch. Guck mal, die Ente des Lebens. Guck mal, die Quack, Quack. Ente, du sauer mit Gemüse. Boah, hätte ich da jetzt gar nicht Bock drauf. Jetzt habe ich irgendwann richtig verwirrt. Hätte ich gar nicht Bock drauf. Hab die Ente. Ciao, mach's gut. Äh, wir suchen ein rotes Buch, Digga. Das ist aber hier überall. Deswegen Gänsehaut. Danke dafür. Okay, es ist mega rot. Ja, es ist rötlicher. Hab's, ciao. Okay, wir suchen ein Drachenei. Oh, wir sind in der Bib, Digga. Wir sind in der Bib. In der Bib, Digga. Lass mal lesen. Hab's, ciao. Das Geile ist, andere hat nicht hingeguckt. Okay, wir suchen eine Muschel. Ich suche das Objekt. Das Objekt ist in meinem Mund. Hab's gefunden, ciao. Oh, Kustige, hab's gefunden. Eine Muschel? Ja. Hast du es gefunden? Nee. Du? Ciao. Ja. Jürgen, was lernt ihr? Was für die Kacke, Digga. Hast du es gefunden? Ja. Nö, ciao. Ähm. Guck mal, ich sag dir, es ist in einem dieser Container. Safe in der Bib. Er ist in der Bib. Guck mal, wenn ich beim Fernglas bin, ne? Wie weit seid ihr? Bruder, wir sind zu weit. Ah, okay, gut. André Habs, ha? Weil ich es geguckt habe, geluschert. Äh, grünes Glas. Ey, um aufzugucken, du, hier. Grünes Glas, grünes Glas. Ich hab Dorst. Dorst. Grünes Glas. Wo ist dieser Glas? Wo ist dieses Glas? Äh, es kann gar nicht viel versteckt sein. Es kann gar nicht viel versteckt sein. Ja, hier ist ja nicht viel. Ich liebe dich. Ich dir auch. Ciao. Oh mein Gott, ich suche jetzt einen Rubin, Digga. Oh mein Gott. Ey, wo ist das Glas? Oh mein Gott, ich hab den Rubin. Ja, let's go. Ich bin wieder weiter als André. Sehr gut, wir suchen einen Eimer, wo ich drauf kacken kann. Okay. Sag dir ehrlich, einmal draußen hinstellen, draufsetzen und rein da, Digga. Weißt du, was dann macht? Nee. Boah. Boah, war schon Maschine. Sag mal ehrlich. Soll ich? Soll ich? Save. Ich hab ne Baba-Idee. Leute, schaut euch heute mein Short an. Warte, wann kommt das Video? Äh, es kommt... Genau. Schaut heute mein Short an. Es kam um 14 Uhr, ist schon online. Schaut es euch jetzt an. Ihr lacht euch kaputt. Ah, meine. Ähm, warte mal. Okay, bei grüne Flasche, ich geb auf. Ich sag dir ehrlich, bei diesen Dingsbums... Dieser Kackeimer, ich weiß nicht, wo der sein soll. Oh, ich hab grüne Flasche, let's go. Oh, der muss hier sein, der muss hier sein, bei dem Holz. Rote Rubin. Rote Rubin ist einfach. Ach, sag ich dir ehrlich. Rex, wie läuft's grad? Sag mal. Läuft, ich bin beim... Ich bin beim Zelten. Oh, was geht da beim Zelten mit Dingskackeimer? So ein Eimer, ja, so einen richtig kleinen Putzeimer. Boah, wie geht das aus? Rubin ist einfach. Jungs, der erste kriegt Goldwaffen, ne? Der zweite kriegt blau, der letzte kriegt lila... Was? Der letzte kriegt grau. Er kriegt einmal lila. Warte, Rex, ich sag dir alles, ich will letzter werden. Warte mal. Hä? Junge, wo ist dieser Eimer? Nein, ein anderer ist hier. Wo ist dieser Eimer? Sag mal, wo ist dieser Eimer? He, bist du lost here? Nein, das sind die nicht. Das sind andere Eimers. Ah, ja. Für vier Euro sagst du mir, wo das ist. Für vier Euro sag ich dir, wo das ist. Okay. Wenn ich's finde. Bro, wo ist der Eimer, Digga? Glauben mir, die Taktik geht immer. Die Erything-Anschießen-Taktik? Du musst nur lange genug dran glauben. Guck mal, ich sag dir, wir können unentschieden machen, wir kriegen beide Gold. Ja, will ich auch dann haben. Was, was, wo, woher? Aber woher die Kraft, Rex? Sag mal. Ja, weil ihr macht unentschieden. Rex sucht noch Seestern, Digga. Ich such mein Fußballfeld, aber ruhig jetzt, ich find das. Guck mal, das Ding ist, wir können unentschieden machen, André. Und ich krieg Gold, weil ich öfter richtig war. Und du kriegst lila. Ja, okay, und Rex kriegt grau. Und Rex kriegt grau. Okay. Sollen wir machen? Von mir aus, Digga, ich finde ich mein. Okay, wir machen das. Das hört sich für euch gut an. Wir gehen in den Fight, Rex, ob du willst oder nicht. Let's go. So, Jungs, wir sind bei der Push-the-Line-Map. Und Rex, zeig uns dein Loot, da du letzter geworden bist. Tada! Boah, krass. Okay, André. Du bist Zweiter geworden, da haben wir uns geeinigt. Ja. Uh, ehrenlos. Okay. Und ich hab natürlich goldene Waffen. Mit seinem Schwert mal wieder, ne? Ich hab mir Mythische geholt. Deswegen hab ich ihn auch direkt umgepackt. Ich hab schon lacht. Lass ihn einfach dreimal killen. Hey, lass! Ey! Nö, ich hab unendlich Leben. Boah! Boah! Was? Handschuh gegen ein Schwert, oh Mann, oder was? Sag mal. Alles gut, ich sag nix. Ihr wart schlafen, Digga! Wie viele Waffen, neun? Drei. Ich hab noch zwei. Schieß lieber nicht auf mich. Okay. Was, Digga? Dann geh ich halt auf die Schwachen. Ist mir doch egal, Digga. Hä? Was heißt schwach, aber schlecht Waffen denn? Guck mal, wie die knutschen. Bah! Er haut mich. Er hat mich gehauen. Guck mal, wie ihr Team. Warum sollen wir gegen dich die... Ich bin unter der Map... Oh, Brex auch. Komm her, Digga. Unter der Map-Fight. Ich hab beide mit einem Hint gehauen, Digga. Ich hab euch Osmanische gegeben, gleichzeitig. Ähm, ich bin... Ich bin tot. Wir spielen bis fünf, wir spielen bis fünf. Wir spielen bis fünf. Warte mal, André, du bist unten, ne? Ich komm. Ich komm runter. Ich bin unten, Digga. Bist du oben? Oder komm ich wieder hoch? Wir müssen auf André, Brex. Wo ist er? Hier hinterm Big Ben. Hinter Big Ben? Nein! Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn, gar kein Problem. Gehst du auf mich, Digga? Guck mal, schlafen, Digga. Guck mal, schlafen, Digga, hä? Oh, du hast ganz viele Leben. Fünf, Bro, fünf. Habe ich noch gesagt? Vier, meinst du? André hat verloren. Ist mir egal. André ist schlecht. Handschuh ist overpowered. Handschuh wird nie wieder benutzt. Außer von mir. Nix. Mal gefallen. Der ist so kacke, der Handschuh. Er ist wie mehr gut. Ich hab noch ein Leben. Wie viel habt ihr? Seid ehrlich. Ich bin schon weg. Warum haut ihr denn da noch mich? Warum schießt du dann? Wenn du weg bist anscheinend. Er weiß selber nicht. Junge, der ist jetzt so OP, dieses Schmerz. Geschlafen, Junge, geh schlafen. Du hast verloren, Junge. Geh mal schlafen. Geschlafen. Wie viel Leben hast du noch? Ich hab noch ein Leben. Ja, okay, komm. Eins gegen eins. Ich hab auch noch Reihen in dem. Komm. Eins gegen eins. Komm. Wo bist du? Dann deine Fresse erstmal. Schäger, ich hab dich weggehauen, Junge. Andra hat gewonnen, meine Damen und Herren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like. Da lasst ein Abo da. Checkt die Jungs unten in der Infobox ab. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Ich hab drei Metrodon. Peace.